Ja, hier die Miele mit E56, also Error, zeigt Error, ja, hier noch zu den Fehlern, kann man schon deutlich sehen, verliert Wasser hier an der Stelle und klar, hier die Stecker auch überprüfen, ja, hier auch die Stecker überprüfen, alles kann unter Wasser gestanden haben, und dicht an der Stelle, klar, sicher, hier ist der Schimmer von dem Aquastop, dann sallert sich unter Wasser ein, dann schimmt da oben und hier ist ein Schalter, und dann geht's los, ne, zeigt hier also, in dem Fall Kontakte und alles zu überprüfen, und man kann sehen, hier hat es schon mit Wasser gespritzt, schon eine Weile, ja, jetzt brauchen wir neue, neue Pumpe und es kostet was, ne, ja, okay, das war zu den Fehlern. Ja, jetzt geht's los, ne, ja, okay, das war zu den Fehlern.